Das Le Meridien lud zum Fashion Check-In und verwandelte für einen Abend ein ganzes Stockwerk in ein Modeparadies. 20 nationale und internationale Designer boten den Fashionistas ein Shopping-Erlebnis der besonderen Art. Höhepunkt des Events war allerdings sein Stargast. Der überraschte uns gleich mit einem, naja, etwas unpassenden Geständnis. Dennoch war der Coolstar froh, nach längerer Zeit wieder einmal in Wien zu sein. Und wer seit nunmehr 30 Jahren für seine schrillen Looks bekannt ist, hat seine ganz eigene Sicht auf die Modewelt. Ich denke, was ich bin, ist ein individuelles Stil. Ich denke, das ist eine andere Sache. Fashion ist mehr über, especially diese Zeit, ich denke, Fashion ist mehr über Wearing Money. Ich denke, wie ich bin, wie ich bin, wie ich bin, wie ich bin, diese Handbag, es kostet 1,000 Euro, ich bin so cool. Und das ist okay, wenn das ist, was man will, aber für mich ist es nicht über das. Ich bin viel mehr interessiert in Style und Quirky-Things und, you know, nicht viel Geld zu spenden. Sprachs, schrieb noch schnell ein Autogramm und machte sich auf den Weg ins Le Meridien, um als DJ den Fashionistas einzuheizen. мечte euch tricks. Promete Non-Gerid K walked acc sense food. oder Surfopath Sein handy ist Best § tussen